Hallo und herzlich Willkommen hier auf smash.eu. Mein Name ist Smash und wir spielen wieder, ihr seht es schon richtig, The Binding of Idec Rebirth. Ja, der goldene Gott, das sind wir. Auch wenn man das nach dem letzten Part nicht wirklich glauben mag. Aber doch, wir machen weiter mit den Challenges. Letztes Mal haben wir Pitch Black geschafft, diesmal fangen wir mit Highborn an. Was auch immer das heißt. Hochgeboren. Drei Herzen, Gegner in Pupfer wandeln. Sechs Bomben, zwei Schaden, Schussgeschwindigkeit drei, sonst zwei, 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 außer Lack. Dann haben wir hier noch unseren Tampon dabei. Und wenn wir berührt werden, wird der Gegner zu scheiß. Und was ist das nochmal? Ne, auf jeden Fall pinkeln wir da irgendwas noch. Wir schießen auf jeden Fall relativ schnell. So. Und es ist hell. Und wir sehen unsere Herzen. Ist das nicht schön? Nach dem letzten Run. Der war sehr düster. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Wenn nicht, dann macht sofort das andere Video erst an. Ne. Also der letzte Run war sehr düster, weil wir hatten den Fluch of Darkness. Und noch dazu ein bisschen chaotisch. Schnee. Aber wir haben unsere Herzen nicht gesehen. Oh, ich sehe da unten, wir haben hier dieses Lack-Ding. Wenn wir, wenn wir scheiße, sag ich mal, zerstören, dann haben wir da mit hoher Wahrscheinlichkeit was drin. Meistens Geldstücke, die wir hier nicht wirklich brauchen, weil ich glaube, in Challenges gibt es keine Shops. Zumindest war das in der letzten Challenge. So, ja. Zwei goldene Schlüssel auf der ersten Ebene, wo wir sie nicht brauchen. Schönen Dank auch. Wir wollen es nicht beklagen. Der Isaac-Gott hat alles. Am Ende kriegen wir kein gutes Loot mehr. Und das wäre doch verdammt schade. Ups. Na, jetzt, jetzt stirbt doch. Bitte. Tu's für mich. Dankeschön. Dankeschön. Da geht's rein. Uah. Uah. Ihr macht mir Angst mit eurem blutunterlaufenen Augen. So, Scheiße kaputt machen ist wichtig. Hat Mama früher schon gesagt. Junge, mach bloß jeden Scheißhaufen kaputt. Da könnte doch was drin sein. Nicht lustig, ne? Nicht lustig. Uuuh. Da, da, Kreuz. Hier, für alle, die es nicht sehen. Hier, vor diesem Stein, vor dem ich stehe, und jetzt auch, ist ein Kreuz. Oben links in der Ecke. Und er hat eine andere Farbe. Ist ein Indiz für ich plante meine Bombe hier, beziehungsweise meinen Scheißhaufen und vergifte alles. Boah, hier stinkt's. So. Demonstriere euch gleich mal in den nächsten... Wir haben doch Shops. Aber in der letzten Challenge hatten wir keine Shops. Stimmt doch, oder? Bin ich doof? Ich nehm das mal mit. Hä? Tue ich mich jetzt? Jetzt fehlt auf jeden Fall der Itemraum noch. Ich denke mal, wir müssen wieder nur zum Marm. Das ist ja erst die zweite Challenge. Ich weiß nicht, wie weit das später geht. Oh, hier können wir nochmal sprengen. Hier auch wieder. Jetzt. Seid vergiftet. Oder paralysiert. Oder was auch immer. Hauptsache ihr seid es... I remember. Ich weiß nicht, was es macht. Ich weiß nicht, was es macht. Schreibt es mir. Vielleicht in die Kommentare. Das ist dieses Feld da unten, was ich weiß, selten genutzt wird leider, weil es ist ja anstrengend und so. Aber über das könntet ihr mit mir kommunizieren, wenn ihr wollt. Ihr könntet Vorschläge machen. Oder ihr könntet mir so wichtige Dinge sagen, wie was dieses Poster da gerade gemacht hat. Damit ich auch ein bisschen gebildet werde, neben meinem ganzen Gezocke hier. Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eine tolle Idee. Tu nicht? Dann lass es. Äh. Okay. Challenge ohne Itemräume. Dafür mit Shops. Hm. Na, sie juckt. Findet sie nicht so toll. Find ich auch nicht. Naja. Okay. Äh. Dann ist das wohl so. Mal gucken, ob das auf jeder Ebene jetzt so ist. Fände ich schade. Aber wir kriegen ja zumindest noch die Boss-Items, ne? Moment. In der letzten Challenge hatten wir Itemräume. Ach. Was mache ich denn? Was passiert eigentlich, wenn ich Scheiße in Scheiße verwandle? Das wäre auf jeden Fall lustig, oder? Hm. Not sich aber, glaube ich, hier nicht wirklich gerade bei dem. Weil das heben wir uns lieber für einen großen Raumausbau. Boah, wieso werde ich denn jetzt die ganze Zeit schon wieder getroffen? Das hört schlecht mit dem letzten Run auf und geht schlecht mit diesem Run weiter, oder wie? Wir haben halt keine große Range. Das ist bei dem ziemlich nervig, finde ich. Das ist einer der Bosse, wo Range tatsächlich gar nicht mal so verkehrt ist. Hä? Wie hat der mich noch getroffen? Ich war schon lange weg. Ich habe Zeugen. Digge. Ich habe Zeugen. Du kannst mir hier nicht einfach Schaden zufügen. Das ist nicht abgemacht gewesen. Und vor allem könntest du mal aufhören, durch die Gegend zu flitzen. Danke. Ende hier. Gibt es doch nicht. Freches Stück Scheiße. TSL schaut Speed ab, als ob wir nicht schon schnell genug schießen. XXL-Ebene zum Anfang. Warum nicht? Dann machen wir mit Monster weiter. Cooler Boss auf jeden Fall für die XXL-Ebene hier. Und auch garantiert lieber in der Reihenfolge als andersrum. Denn... Nein, ich erwähne es nicht. Alle, die die anderen Folgen gesehen haben, wissen, was ich jetzt sagen wollte. Und ihr wisst mit mir zusammen, ob es gut geht oder nicht, wenn ich es nicht sage. Es geht gut. Ich wollte sagen, wie einfach du bist, Monstro. Überlistet er. Weil jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, habe ich Schaden gekriegt von ihm. Diesmal habe ich es nicht gesagt. Oh, Krampus. Alter, wie viele Bosse wollt ihr mir denn noch hintereinander auf den Hals schicken, ihr... Ihr kranken... Ihr kranken Wichser... Äh, ihr... Ihr Schweine. Naja, Devil Deal haben wir ja jetzt schon. Jetzt ist es auch egal, ob wir hier noch Schaden... Mann! Es ist egal, ob wir hier noch Schaden kriegen. Du stirbst jetzt! Hast du gehört? Danke. Kohle. Naja, wenn unsere Tränen jetzt noch weiter fliegen würden, dann würden sie auch riesengroß werden. Tun sie aber nicht. Wir hüpfen mal einen runter. Und sehen mal, was dort auf uns wartet. Ähm, ich mag hier unten lang gehen. In der Hoffnung, dass es da weitergeht. Was es nicht tut. Aber hier gibt es wunderschöne Spinnen. Ja, Spinnen. Ihr seid wunderschön. Nicht! So, hoch. Hoch, 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 hoch. In der Hoffnung, dass es da rechts weitergeht. Werden wir gleich da rechts weitergehen. Na ja, wir werden versuchen, diesen großen Raum zu umgehen. Oder? Nein, er zieht mich an! Äh, was tut er? Der Raum, der wollte, dass wir kommen. Er wollte uns zeigen, wie einfach er ist. Schöner Raum. Schöner Raum. Solche Räume mag ich. Da passiert nämlich nichts. Aber diese Range ist doch zum Kotzen. Kotzen. Ähm, da oben, äh, ohne blaues Herz, äh, nein. Weil, äh, so, wir sind so ein bisschen, so ein kleines bisschen auf angewiesen, vielleicht so ein Devil-Dienste zu kriegen. Wäre zumindest nicht schlecht. Seht ihr doch auch so, oder? Eigentlich könnten wir direkt gucken, wo wir zum Boss kommen, weil... Itemraum ist ja anscheinend eh nicht drin. Ich hab aber auch mal irgendwie gelesen, beziehungsweise in anderen Videos gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir gar keine Itemräume in Challenges kriegen. Ich hab mich letztes Mal schon gewundert, wieso wir da welche gekriegt haben. Blaues Herz, blaues Herz, blaues Herz, blaues Herz, blaues Herz, blaues Herz. Boss finden, mit blauem Herz. Zurück gehen, zacki zacki Raum machen. Seid ihr dabei? Guter Gedanke, ne? Sehe ich auch so. Da ist Boss. Da sind, äh, eklige Dinger. Und, Boss ist... Seid ihr? Äh, in diesem... Äh, Raum. Mann, ich würde doch so gerne mal was zu Scheiße verwandeln, ne? Nächste Ebene kriegen wir bestimmt irgendeinen Riesenraum, wo sich das lohnt. So, einmal... Da, das, das, das. Ah! Ha! Habt ihr diese schöne Explosion gesehen? Voll abgepasst. Hm, ich will die nicht nehmen, bevor ich hier nicht drin war. Und ich will dich nicht nehmen. Tut mir leid. Wollte sie nicht nehmen. Hm. Bad Girls. So, mit den zwei blauen Herzen gehen wir da oben in den Zackenraum rein. In der Hoffnung auf... Na? Wer gewinnt den Jackpot? Richtig! Ein oder zwei Gappi oder schwarze Herzen. Ja, schwarze Herzen lasse ich nochmal durchgehen in diese Runde. Ähm. Und wir verdrecktes, pubertäres, kleines Etwas gehen jetzt eine Etage tiefer. Auch diesmal wieder die Kamera dabei. Falls ihr es nicht eh schon gemerkt habt, so nach... äh, Moment, lasst mich zur Seite gucken. Äh, 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 elf Minuten, circa? Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ihr mir schon was dazu geschrieben habt, wie ihr das findet. Boah, stehen die eklig. Hatte ich ja gar nichts von, ne? So, machen wir es. Hoch, schießen, runter. Und. Äh? Lass mich in Ruhe. Hier geht das irgendwie nicht so gut. Was ist was? Ich mache hier was ganz anderes. Ich mache das so. Ha! Ausgetrickst. Irgendwofür müssen wir die Dinger ja haben. Äh. Ich zeig's euch. Das ist es. Das ist das Item. Das Base Item. Ist es nicht wunderschön? Ja, es ist wunderschön. Wunderschön. Es macht so viel Scheiße. Es war unnötig. So ein bisschen. So ein bisschen viel. Unnötig. Wehe, ihr rast gleich auf mich zu, alle. Vielleicht werde ich heute Nacht von Würmern träumen, die auf mich zugerasst kommen. Definitiv. Ich spüre es. Schwupp. Einen Schlüssel. Davon haben wir ja auch noch gar nicht so viele, ne? Nein, nicht doppelt. Du explodierst da hinten mal schön. Und, äh, du vielleicht auch. Eins. So. Eins. Zwei. Drei. Hm. Das machen wir jetzt immer so, wenn die hier durch, durch die Lande ziehen, würde ich sagen, oder? Eins, zwei, drei. Ah, ich nage noch dran. Aber immerhin kurz hier für, äh. Eins, zwei, drei. Werdet getroffen. Weil der eine ist weg. Und der andere auch. Nicht. Huch. 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 Angel Deal. Einen Angel Deal mit dem Wafer. Ich probiere es mal hier so, so einmal. Kein Glück. Die, die überhalte ich mal irgendwie. Ist mir gerade danach, sie zu behalten. Wir gehen runter. In die nächste Ebene. Wir müssen gar nicht so weit, ne? Tabs 1, grad nur sind wir. Und wir müssen nur noch eine Ebene. Wir müssen nur noch eine Ebene? Wo tue ich mich gerade? Da ist doch Mom noch nicht. Oder doch? Sind wir schon so weit? Moment, wie lange nehme ich auf? Nein, da ist doch Mom noch nicht. Nein. Nein. Wir sind ja auch noch recht schwach. Wir müssen gar nicht weit. Okay, aber wir kriegen auch keine Itemräume, muss man dabei sagen. Also, ist schon fair, weil wir können ja nur furzen und in Scheiße verwandeln. Also, finde ich schon fair, wenn es da nicht weitergeht. Seht ihr auch so, oder? Aber es ist ja eine kurze Folge, ne? 15 Minuten wird die nur oder so. Ja, vielleicht wird sie auch 17. Vielleicht ziehe ich das einfach so ein bisschen in die Länge für euch. Oder auch nicht. 15 Minuten sind eigentlich gut, ne? Weil meine Statistiken zeigen mir, ihr guckt eh nicht viel länger meistens als 15 Minuten meine Videos. Im Durchschnitt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich euch bloß angucken. Aber, hey. Ich könnte die Videos ja auch kürzer machen. Aber dann beschweren sich vielleicht andere, dass die Videos nicht lang noch sind. Man kann es nicht allen reichen machen. Ich mache es so, wie ich Lust habe. Lasst euch das gesagt sein. Wir gehen jetzt hier rein und hoffen, dass wir pupen können. He, 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 he. Habt ihr das gesehen? Die ganzen blöden, äh, Schlitze. Schlitzviecher. Mit ihren, ähm, Strahlen. Alle auf einmal erwischt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich, äh, heute ein bisschen komisch drauf. Ich sollte aufhören damit. Am Ende denkt ihr noch, ich würde Drogen nehmen oder, oder trinken oder so. Nein, das tue ich nicht. Keine macht den Drogen. Aber, äh, trotzdem könnten manche Sachen legalisiert werden. Egal, lassen wir das. Das ist ein anderes Thema. Nicht für dieses Video hier gedacht. Vielleicht mal irgendwo, auch mit mir, auf einem anderen Kanal. In ferner Zukunft. Oder wenn ihr ganz lieb bitte sagt. Ich gehe da oben erstmal lang, oder? Danke. Danke, dass ihr mich zu den Geistern geschickt habt. Ich werde euch das nicht vergessen. So, da spreng ich. Ah, ich wollte weiter rechts sprengen. Oh ja. Jetzt irgendwie nur so semi-schlau. Weil, hier ist das Vieh gewesen noch. Und irgendwie hatte ich gehofft, wenigstens alles da. Also, den da auch mitzutreffen. Wenn ich schon eine Bombe hinlege. Acht Münzen. Und ein Stecker. Wacht der nochmal. Irgendwas irgendwie aufladen, wenn ich irgendwie und so, ne? Ah ja, wenn ich Schaden kriege, glaube ich. Kann das sein? Weil zwar, wir sehen es ja dann, wenn ich Schaden kriege. Und ihr kennt mich, ich werde Schaden kriegen. Definitiv werde ich Schaden kriegen. Ab in den nächsten Raum. Hier haben wir zwei super Formen von ekligen Würmern. Ähm, die eine ist tot und die andere blutet noch ein wenig vor sich hin. Und wir haben ein paar neue, schöne, alte Bomben. Die kommt da hin. Boom. Schade. War knapp. Ich hätte fast beide erwischt. Ah, so ein Schuss gelingt einem nur einmal in einem Raum, würde ich sagen. Lucky Rock. So, spawnt er einfach so. Hm. Aber da ist irgendwas drin. Egal. Poop bleibt Poop. Hat früher mein Großvater schon immer gesagt. Poop bleibt Poop. Ich könnte mal so ein bisschen Geld farben, ne? So und so und so und so und so und so und so. Und so und so. Wow. Ich wusste gar nicht, dass der da drin sein kann. Ist das normal? Das hätte man mir auch mal früher sagen können, ne? Ihr Chaoten, ey. Stirb. Ich hab Angst. Die chargen auf mich. Geld. Wir sind hochgeboren. Und scheiße. So. Wer auch immer du bist, ich werde dich vergiften. Warte. Boom. Und nochmal. Boom. Nochmal. Boom. Mehr hab ich nicht. Jetzt lass mich gefälligst in Ruhe. Und spring nicht rum. Bitte. Nicht rumspringen. Alles. Aber, äh, und drehen vielleicht auch nicht. Äh. Und die vielleicht auch nicht. Weil, äh, die gefallen mir nicht. Ja, da, das darfst du machen. Das ist in Ordnung. Nein, nein, nein. Prall ab. Prall da ab. Prall. Nicht mehr ab. Na. Hä? Seit wann macht er das gerade aus? Ah, der Wave hat mich gerettet. Kann mich ja nicht vor allem retten. Kommt noch so ein Vieh. Noch so ein Vieh? Egal, der Große ist down. Ah, jetzt kriegen wir die Kleinen auch noch down. Dafür kriegen wir auch eine Pille. Mit der wir ungemein schnell sind und vergessen alles, was passiert ist. Äh, wo sind wir hier? Äh, Depts 2. Was ist das? Noch nie davon gehört. So. Eklige Blutviecher, ey. Ich sag doch, ich krieg Albträumer davon, ey. So ein paar Meerwürmer und es ist ganz vorbei. Ah, wir haben die Plazenta, ne? Wir haben die Plazenta. Wir haben die Plazenta. Hehe. Ah, ich hab keine Bomben mehr. Wer hat mir meine Bomben geklau? Hm. Ich hab Angst. Ich hab große Angst. Nicht nach oben links gucken. Ganz schlechter Einfall. Es fehlt schon wieder eine Bombe. Uh. Damit kann ich leben. Erstmal die hier. Bombserkies. Jetzt haben wir Bomben. Dann können wir das machen. Dann können wir das machen. Und das nehmen. Und wir können den da unten rechts kreuz am Stein. Jetzt gucken. Na, vorbei. Weg damit. Schon wieder so viel Geld, ne? Geld, 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 Geld. Alles voller Geld. Wenn ich das mal in echt sagen könnte. Boah, wir haben so viel Geld. So viel Geld. Wär schon cool. Wohl. Ist es das, was wir brauchen, um glücklich zu sein? Ist es Geld? Hm. Treffe ich beide? Ja. So ein belämmertes Vieh raus. So. Aber ich verwandle ich. Ich habe keinen Bock auf den großen Raum. Großer Raum. Was bezeichnet der denn als groß? Ups. Und ihr geht jetzt einfach mal ganz schnell andere Wege. Das Crybaby hat noch keinmal gekried, ne? Cry doch mal, Baby. So. 30 Münzen müssen wir da reinkommen. Oh, Moor Options auf der letzten Ebene. Genau da brauche ich es. Ich nehme es trotzdem mit. Weil, was soll der Geiz? Es war bestimmt die Superpille vom Herrn jetzt, die ich da liegen lassen habe. Schlüssel haben wir nicht. Weiter. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Tot, tot. Schlüssel. Sprengen. Cricket set, cricket set, cricket set. Challenge? Äh, nee. Danke. Also das wird die Bestellungen, das müssen wir definitiv nochmal üben. Bomben. Keine Reaktion. Bomben tun ist gar nichts. Moment, wozu brauchte ich den nochmal? Brauchte ich den? Ich habe gerade eine Tour geöffnet, aber das war auch die einzige, oder? Oh Mensch, jetzt verratet ihr mir das nochmal. Warum verschweigt ihr mir immer alles? Könnt ihr mir das mal erzählen? Mal verschweigt ihr mir alles. Raum gefällt mir nicht. Nichts für uns drin. Der Raum auch nicht. Nicht zu weit runter. So. Das ist, was da in der Mitte liegt, gefällt mir. Und die Hände gefallen mir nicht. Vier Stück. Okay. Merkt ihr das? Einen ist auf jeden Fall schon mal down. Zwei. Sind nur noch eine, 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 noch einer. Gut. Und das auch noch. Oh, nicht. Ui, weg, du. Dahin. Au. Ha, Pup. Ja. Das ist nicht gebracht, ne? So. Ich glaube, jetzt einfach hier stehen. Komm doch her, Mom. Komm her, wenn du dich traust. Na? Wo bleibste? Uah. Da, Alter, ist sie. Egal, wir können ja, wir können ja durchaus ein klein bisschen Schaden kriegen. Jetzt vielleicht hier unten stehen. Ha, jetzt vielleicht hier oben stehen. Richtig verwirrt, ne? Ha, jetzt geh ich wieder runter. Sie wird es niemals kriegen, wollte ich sagen. Hat irgendwie nicht ganz so gut geklappt, wie ich gedacht hab. Aber egal, wir werden es überleben. Sie werden Mom besiegen. Wir werden ihr zeigen, was wir von ihr halten. Sie hat uns an den Teufel verkauft. Weiß gar nicht, kennt ihr die Vorgeschichte von Isaac? Ich hab die euch nie gezeigt, ne? Haha, die Plazenta. Das war's gleich, Mom. Tut mir leid. Aber das war's gleich mit dir. Bäm, da ist unser Pokal. Das blaue Herz, das nehmen wir noch mit, oder? Oh, Weltstück. Und das auch. Und? Ja! Rune of Jera. Ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. The Binding of Isaac Rebirth Challenge Nummer 2. Erledigt. Im ersten Versuch mal wieder. Und, äh, bisschen besser als der letzte Run war's auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zur nächsten Challenge. Challenge Nummer 3. Mit eurem Smash von Smash.eu. Ciao! Bis zum nächsten Mal.